Herzlich willkommen bei Blickwechsel, eure Quelle für aktuelle Nachrichten und Hintergrundberichte. Heute bringen wir euch die neuesten Entwicklungen in einer aufsehenerregenden politischen Angelegenheit aus Bayern. In einer brisanten Angelegenheit, die Bayern erschüttert, hat Ministerpräsident Markus Söder 25 Fragen an seinen Vizeregierungschef Hubert Aiwanger geschickt. Worüber geht es? Lasst uns eintauchen! Markus Söder hat Vorwürfe im Zusammenhang mit einem antisemitischen Flugblatt aus der Schulzeit von Hubert Aiwanger aufgegriffen und forderte umfassende und glaubwürdige Antworten. Was geschah als nächstes? Hubert Aiwanger hat reagiert und die Fragen schriftlich beantwortet. Doch der Inhalt dieser Antworten bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Die Spannung steigt, da Aiwangers Antworten jetzt in der Staatskanzlei ausgewertet werden. Doch wie wird Markus Söder reagieren? Steht eine Entlassung im Raum? Hubert Aiwanger selbst geht in die Offensive und bezeichnet die Vorwürfe als Hexenjagd. Er hat sich bereits für Fehler aus seiner Jugend entschuldigt und betont die Wichtigkeit der Arbeit für Bayern. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisiert Aiwangers Umgang mit den Vorwürfen und fordert eine umfassende Distanzierung von ihm. Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel stellt sich jedoch hinter Aiwanger und argumentiert, dass die öffentliche Brandmarkung von Jugendfehlern nicht der richtige Weg ist. Die FDP im Bayerischen Landtag fordert Transparenz und verlangt, dass die Fragen und Antworten zwischen Söder und Aiwanger öffentlich gemacht werden, um das Vertrauen in die Regierung zu wahren. Trotz der Vorwürfe halten die Freien Wähler unbeirrt an Hubert Aiwanger fest und betonen, dass es keinen Landtagswahlkampf ohne ihn geben wird. Die Partei erfährt sogar einen Zuwachs an Mitgliedsanträgen. Das waren die neuesten Entwicklungen in dieser aufsehenerregenden politischen Angelegenheit aus Bayern. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine wichtigen Updates zu verpassen.